Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserer Sendung Erfahrungen in der Alternativmedizin. Heute wieder eingeladen, Robert Kaczynski. Herzlich willkommen. Grüß dich, Daniel. Schön, dass du wieder da bist. Das Thema heute ist Arthrose. Arthrose, richtig. Arthrose ist sicherlich auch eines der Volkskrankheiten. Ich weiß es nicht, in welcher, sagen wir mal, Abstufung in der Tabelle, aber man hört ja ganz oft von Problemen mit dem Gelenk, mit der Beweglichkeit, mit Knorpel etc. Wie sind deine Erfahrungen? Was sind so die Ursachen? Also, die sind sehr verschieden. Es hat alles mit Übersäuerung zu tun. Es hat alles mit Gewichtsproblemen zu tun und alles mit zu wenig Bewegung. Also, alles Sachen, die wir eigentlich schon hundertmal gehört haben. Und die Ursache ist eigentlich nichts anderes, als dass die Gelenkflüssigkeit und die Knorpel zu wenig gut ernährt werden. Und man weiß ja, dass die Knorpel, das ist eine Osteokondrose, also das heißt, die Knorpel verschwinden. Man weiß ja, dass die Knorpel nur durch die Bewegung genährt werden. Also, wenn man sich nicht bewegt, wird der Knorpel hart. Und wenn er hart wird, dann wird er mit der Zeit brüchig und wird kaputt gehen. Was siehst du als normale Bewegung? Ist es zwingend notwendig, dass wir Sport machen oder reicht der ganz normale Spaziergang im Alltag? Also, der ganz normale Spaziergang reicht absolut aus. Es ist natürlich die Frage, ob man nur schnell ums Spazier geht oder ob wirklich eine Stunde läuft. Es ist so, dass wir ja nur für das Herz und für den gesamten Stoffwechsel manchmal die Erhöhung der Energie brauchen. Also, das reicht zum Beispiel, wenn man vier Stockwerke rauf geht. Also, wenn man die Treppe in vier Stockwerken rauf geht und wieder runter geht und man macht das zweimal am Tag, dann reicht das schon aus, um die Herzpumpe mal wieder in Bewegung zu bringen. Mehr braucht es nicht. Und es sind etwa 10.000 bis 12.000 Schritte, die man gehen sollte pro Tag. Man sagt sogar, je älter man wird, je mehr muss man laufen, nicht weniger, weil der Stoffwechsel wird langsamer. Also braucht man mehr, um seine Gelenke, alles wieder in Schwung zu bringen. Jetzt haben wir aber Aufzüge. Wie willst du das denn mit vier Stockwerken zu Fuß machen? Das ist genau das Problem, dass wir überall, wo wir die Möglichkeit haben, werden wir bequem. Und wir nehmen das Auto, wir nehmen den Fahrstuhl und so weiter. Und das ist genau das Hauptproblem. Und das zweite Hauptproblem ist natürlich, nebst der Bewegung, ist natürlich die Ernährung und die Übersäuerung der Stress im Allgemeinen. Was siehst du aus Sicht der Ernährung als problematisch? Was ist so ein Trigger, wo man sagt, das tendiert mehr oder ist häufiger der Ursache, dass eine Arthrose entstehen könnte? Das ist sehr komplex. Man kann nicht sagen, wenn du so oder so isst, dann bekommst du keine Arthrose. Oder wenn du so und so isst, bekommst du eine Arthrose. Das hat mit sehr vielen Faktoren zu tun. Die Übersäuerung hat sehr viel auch mit mentalen Geschichten zu tun. Also Stress in der Arbeit, Stress in der Familie, Sorgen und so weiter und so fort. Wir müssen schon sehen, dass wir überall, müssen wir mehr arbeiten, sagen wir, Zeit einsetzen und haben weniger Freizeit. Oder wir müssen in dieser Zeit, die wir arbeiten, mehr produzieren. Wir haben überall mehr Druck als vor 20, 25, 30 Jahren. Also es muss mehr rentieren, alles muss noch mehr ausgepresst werden. Und auf der anderen Seite haben wir von allem weniger. Also die Ernährung, kann man nicht anders sagen, hat keinen Wert mehr. Es ist nichts mehr drin. Und das ist ja die Erkenntnis, warum ich überhaupt Stoffwechselprodukte entwickelt habe. Weil wenn wir davon ausgehen müssen, dass wir uns in Anführungszeichen mit Müll ernähren müssen, dann muss irgendetwas dazwischen sein, damit wir wieder genug Vitamine, wieder genug Stoffwechselprodukte und natürlich besonders auch Schwingungen in der Nahrung drin haben, die einfach nicht mehr da sind. Das heißt, zu viel vom einen und zu wenig vom anderen gibt einfach ein Riesenproblem. Und eines, das man einfach spürt, weil es Schmerzen macht, ist die Arthrose. Also es ist sicherlich ein Sammelsurium von mehreren Punkten. Sicherlich die Bewegung entspricht nicht mehr, sagen wir mal, den naturellen Verhältnissen vor tausend von Jahren, weil man da ja immer in Bewegung war, sich Nahrung zu besorgen, zu jagen oder zu pflücken. Man war immer in Bewegung. Heute sind wir mehr oder weniger Höhlenmenschen. Wir arbeiten ja überwiegend in Büros oder sitzen halt in der Fahrgastzelle, im Lastwagen oder im Auto. Das ist ja auch kaum Bewegung, das ist ja mehr Denkleistung. Und die Ernährung, wie du sagst, das sind ja mehr Füllstoffe. Das heißt, wir ernähren uns mehr nach dem Gefühl. Das heißt, ich habe Hunger, ich möchte was essen, sättigen nach Genuss, aber haben nicht das Bewusstsein, ist da auch wirklich was drin in der Nahrung, was unser Körper braucht. Das wird so ein bisschen manipuliert. Klar. Bei der Arthrose ist ja die Geschichte, dass eigentlich jeder das weiß. Und wenn er dann den ersten Bandscheibenvorfall hat, dann wird er zum Arzt springen, ist ganz klar, weil das ist dann hoch akut. Oder wenn dann das Knie anfängt zu schmerzen, springt er natürlich auch zum Arzt, weil es ist hoch akut, weil das ist unglaublich schmerzhaft. Und da haben wir natürlich die Erfahrung, dass die Klienten nicht zu mir kommen und sagen, hör zu Daniel, was muss ich tun, damit ich keine Arthrose bekomme, sondern sie kommen alle mit der Arthrose. Und eigentlich müssen sie alle vorher kommen, weil dann bekommen sie keine. Also Arthrose ist nicht gottgegeben. Arthrose muss man nicht bekommen. Also das ist definitiv so. Und wenn man sie bekommt, ist es ohne ärztliche Betreuung am Anfang nicht machbar. Es ist nicht machbar. Eine akute Arthrose muss der Schmerz behandelt werden. Wenn es eine schlimme Arthrose ist, empfehle ich sogar, in die Gelenke Hörlerone einzuspritzen, um den Ort des Geschehens sofort zu beruhigen, weil wir müssen dort Gelenkflüssigkeit reinbringen. Wir müssen dort etwas reintun, damit es nicht immer die ganze Zeit entzündet ist und damit es mal eine Beruhigung bekommt. Weil meine Therapien, das wieder aufzubauen, und da müssen sie gut zuhören, das ist ein Ja. Ein Ja, um nur einmal eine Arthrose wieder in den Bereich zu bekommen, wo er nicht mehr schmerzt. Und das sind die wenigsten Menschen bereit. Also heisst das, in dieser Zeit muss man auch mit Medikamenten arbeiten, um die Schmerzen zu reduzieren und gleichzeitig natürlich spritzen. Und dann fangen erst meine Therapien parallel dazu an, wieder alles aufzubauen. Selbstverständlich muss er sich dazu wieder bewegen. Also die vier Stockwerke pro Tag, das muss er tun. Sonst muss er einfach irgendwo sonst bergauf gehen. Dann muss er die 10.000 Schritte machen und dann die ganze Ernährung. Das heisst, jemand, der Arthrose hat, muss sein Leben ändern. Punkt. Da gibt es nichts anderes. Oder ein Leben lang Medikamente schlucken. Was denkst du, wie lange hat es gebraucht im Schnitt, bis es zur Arthrose kam? Weil das ist sicherlich nicht von heute auf morgen geschehen. Nein, es hat natürlich unterschiedliche Abnutzungen. Also auch massiver Sport ist natürlich eine Abnutzung der Gelenke. Wenn du zu viel Sport machst, dann kannst du durch zu viele Schläge natürlich das auch kaputt machen. Das ist ganz klar. Oder auf der anderen Seite mit zu viel Säure und zu wenig Bewegung wird es starr. Also entweder wird es auf der einen Seite starr oder auf der anderen Seite wird es wirklich total abgenutzt. Und dann haben wir natürlich auch die statischen Probleme. Das heisst, wir haben viele Menschen, die Beckenverschiebungen haben. Das heisst, vorne, hinten oder links, rechts Beckenverschiebungen haben, durch das eine Beinlängendifferenz haben und dies nie korrigieren. Und wenn man dann das korrigiert, bekommt man, wenn möglich, noch vom Orthopäden eine Schuheinlage, was komplett falsch ist. Man muss ja im Prinzip nur wieder den ganzen Körper richten, damit es richtig kommt. Da gibt es gute Orthopäden und viele, viele andere. Und da muss man schon zum Guten gehen, dass man dann wieder sauber gerichtet ist. Es gibt auch ganz einfache Übungen, das Becken zu richten, wenn man mal weiss, wo die Ursache ist. Und wenn man jahrelang mit einem schiefen Becken läuft, ist einfach immer ein Bein länger. Das muss irgendwo eine übermäßige Abnutzung im Knie oder in der Hüft oder bis zum Nacken hochgehen. Also auch die kranio-mandibuläre Verspannung hat mit der Nackenmuskulatur zu tun. Oh, spannend. Ja, ich denke, wie sind jetzt so die Erfahrungen mit deinem Patienten? Du hast ja erwähnt, ich meine Arthrose, extrem schmerzhaft. Es muss sofort reagiert werden. Die meisten werden wahrscheinlich zu Schmerzmitteln greifen. Eventuell auch zu Operationen. Aber die Ursache ist ja nicht beruhigt. Man hört ja öfters, wenn man liest, ich habe eine Bandschein-Operation oder Operation am Knie und hier. Das Problem ist erst mal kurzfristig gelöst, aber es kommt dann irgendwann wieder später zurück. Also die Chance, dass es gut kommt bei einer Operation, kommt immer darauf an, ist es ein Becken oder ist es ein Knie oder ist es ein Rücken. Aber sagen wir mal so durchschnittlich über alles ist etwa 50 Prozent, dass es gut kommt. Aber es kommt später sowieso wieder. Aber in 50 Prozent kommt es von Anfang an nicht gut. Das ist dann, wenn eigentlich die Bänder entzündet sind. Also das heißt, wir haben schon defekte Bänder. Also das heißt, die Bänder sind chronisch entzündet. Wir haben dann auch viele Probleme mit Viren, die schon durch das Immunsystem dort sind. Und wenn Sie jetzt die Bänder, die Knorpel reparieren, operieren und die Bänder sind immer noch entzündet, immer noch der gleiche Schmerz nach der Operation. Solche Sachen können wir kinesologisch sehr gut testen. Wir können testen, ist es der Knorpel, ist es das Band, sind es die Muskulaturen, ist es die Übersäuerung. Das alles ist ja im Körper gespeichert und das können wir sehr gut auch kinesologisch mit Fotos schicken. Und ich sage dir, wie und was ist eigentlich dein Bedürfnis? Und da könnte man viele Operationen natürlich verhindern. Hört euch auch so ein bisschen esoterisch an. Ist es aber. Wenn du dem Patienten jetzt sagst, schick mir bitte ein Foto und wir können feststellen, wo genau das Problem ist. Ja, es geht um Resonanz. Es geht ja um Resonanz. Also du sagst mir zum Beispiel, du weißt vom Arzt, ich habe jetzt den Lendenwirbel, der nicht mehr stimmt. Und dann kann ich sagen, ist der Lendenwirbel das Problem oder sind es die Bänder oder ist es die Rückenmuskulatur plus die Bänder? Das heißt, ich kann dir sagen, wo gehst du in Resonanz? Oder gehst du in Resonanz, dass es wirklich jetzt eine Operation braucht? Oder gehst du in Resonanz, dass du viel mehr dich bewegen musst und entsäuern musst? Und dann löst sich das Problem von alleine, weil dein Körper weiß es ja. Oder gehst du in Resonanz, dass du nur eine Beinlängendifferenz hast durch eine Beckenverschiebung? Alle diese Sachen, die sind ja in deinem Körper gespeichert. Und ist klar, wenn die Klienten zu mir kommen, kann ich das auch mechanisch anschauen. Das ist auch klar. Und ich empfehle immer solche Sachen natürlich zuerst medizinisch abzuklären. Bei mir geht es um die Abklärung, eine andere Meinung zu haben und einen anderen Weg. Das heißt, wenn man operieren will, ist ja klar. Ja, aber nachher kann es ja sein, dass man die nächste Bandscheibe oder das nächste Knie hat. Wenn das linke operiert ist, kommt das echte. Ja, wenn man das rechte dann nicht operieren möchte, dann ist man bei mir richtig. Weil das kann ich dann schon, wenn man sich umstellt, wenn man das Leben umstellt, kann ich das verhindern. Wunderbar. Wenn man mehr Informationen erhalten möchte über die Therapien oder alles weitere, wo findet man dich? Also auf dem Internet selbstverständlich, auf www.selbergesundwerden.com. Dort steht alles über mich, alle Videos von mir, alles, was ich jemals erzählt und geschrieben habe. Und es geht darum, dass die Menschen, die einen anderen Weg gehen, eigentlich die gesamte Information bekommen. Was für Möglichkeiten sind überhaupt da? Es geht mal darum, dass die Menschen, die sagen, ich will selber entscheiden können, muss ich operieren oder nicht operieren? Was muss ich tun? Und die Menschen, die sagen, ich bin bereit, mein Leben zu ändern. Ich bin nicht mehr bereit, in Anführungszeichen das Opfer zu sein, das dann irgendwann eben auf der Operationstisch landet. Für die Menschen bin ich gerne da. Und das soll ja eigentlich auch das Ziel sein, dass wir uns selber bewusst werden, was kann man überhaupt auf der einen Seite und was will ich überhaupt auf der anderen Seite. Und es ist ja logisch, dass der, der nichts tut, einfach mit dem Risiko lebt, dass dann die Arthrose kommt. Und der andere, der etwas tut, das Risiko massiv verringert bis praktisch auf Null, weil Arthrose muss nicht sein. Definitiv nicht. Vom Selbstverursacher zum Selbstheiler. Absolut. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mit diesem Schlusswort möchte ich gerne übergeben und wünsche Ihnen einen ganz, ganz schönen Abend. Und herzlichen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.